Ja, heute ist der 26. Juli 2024. Es sind nur noch neun Tage bis zum Start in die Dolomiten. Das heißt, heute ist eine der letzten Gelegenheiten, um nochmal zu trainieren für die dann doch etwas längeren Touren. Ich bin wieder in Ilsenburg. Das heißt also, es geht von hier wieder durch das Ilsetal hinauf auf den Brocken. Zunächst durch das Städtchen Ilsenburg und dann durch das Ilsetal rauf auf den Brocken und von dort weiter runter nach Torfhaus. Ich habe mir heute mal die Kamera meiner Tochter geborgt. Eine DJI Osmo 2. Ne, stimmt nicht. Eine DJI Pocket 2. So, und mal sehen, wie damit die Aufnahmen wären. Da bin ich schon gespannt und werde das dann mit der GoPro vergleichen. Das hier ist so einer der Teiche in Ilsenburg. Nachher geht es gleich zum Forellenteich, wo ich nochmal so ein bisschen was einkaufen werde. Und ansonsten werde ich auf der Wanderung heute weitgehend die Klappe halten. Getränke habe ich nicht mit, nur leere Flaschen, denn in der vergangenen Woche habe ich gesehen, dass man ganz zum Anfang an einer Quelle vorbeikommt. Und da werden dann die Flaschen aufgefüllt. Irgendwie komme ich hier mit der Kamera nicht klar. Irgendwie war ich hier mit der Kamera. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, jetzt kommt auch die Quelle in Sicht, die Prinzess-Ilse-Quelle, an der das Auffüllen der Flaschen geplant war. Untertitelung. BR 2018 Ja, ich mache da mal eine private Notiz. Diese Brücke muss man nehmen, insofern man durch das Ilse-Tal weiter an den Ilse-Talfelden vorbei hoch auf den Brocken möchte. Man kann natürlich auch noch eine Brücke weiterlaufen, aber das bedeutet dann, dass man ein Stück zurück wandern muss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.